Ich bin jetzt auf dem Weg zur Jumondes und ich freue mich megamäßig. Das ist eine Yoga-Convention, aber wir machen natürlich auch ein bisschen Bodega und Handballons-Workouts. Ich bin heute nur zum Erleben und Mitmachen da und da freue ich mich natürlich extrem drauf. Also ich gebe heute keine Stunde selber, sondern ich werde nur angeleitet und das ist natürlich ein Giga-Luxus. Ich freue mich am meisten natürlich auf die ganz vielen lieben Menschen, die ich schon ganz, ganz lange nicht gesehen habe. Und ja, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, weil ich hoffe, dass das Wetter mit mir. Es sieht noch ganz gut aus und ja, ich bin jetzt in einer Stunde da und dann wird ein bisschen Yoga gemacht. Bis später! Wir sind jetzt hier. Vielleicht sterbe ich schon? Aber da geht es schon los, ja. 1, 2, 1, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 11, 12, 12, 13, 12, 13. Musik Guck deine Hände um dein Bauch, senk deinen Kopf ganz entspannt ein bisschen rein, So dass Kopf und Herz, Verstand und Gefühle direkt miteinander verbunden sind. Ein letztes Mal. Arme, Beine stecken, U-Schwitze klappen. Hände an die Schalimutter. Fährst du noch innen, setz dich tief. Spann die Boten nach oben zurück auf. Geh den Fuß zurück in die Glieder. Zwei nach vorne. In den Reverse-Worry. Und in den kleinen Seiten. Bleibt hier. Entspannt, wer tiefer will, gerne auch in den ganzen Seitenwinkeln. Nur wenn ihr möchtet, setzt die Hand am Boden ab. Schiebt euch den gleichen Weg zurück. Und nach hinten, Füße zusammen. Und noch das in eurem Flo. Öffnet, macht das Herz weit. Und schiebt euch wieder zurück. Über den herabschauenden Hund zurück nach oben. In die Länge, in die Weite, auf deiner Rückseite wieder. Wir hatten mega Glück mit dem Wetter. Weil jetzt scheint nämlich mega die Sonne. Und es ist so, so schön hier. Ich drehe mal kurz um. Und zwar, es ist eine echt schöne Location. Und wir haben hier diesen Garten. Das ist so schön. Das ist so schön. Also jetzt schaffe ich es nicht wieder, das ist nicht immer, wenn man dann ins Bild kommt, dann geht es nicht. Aber nein, die innere Einstellung muss stimmen. Du weißt, dass du es kannst, deshalb kannst du nicht. Das ist für dich ganz leicht. Genau, das ist für dich ganz leicht. Du streckst jetzt einfach das obere Bein an den Händen. Jawohl, jetzt kommst du noch zu uns. Ja, genau. Und jetzt schau noch zu uns! Ja! Hast du? Ja! So, jetzt haben wir noch einen ganzen Tag hinter uns, bzw. ich hinter mir. Die Sarah macht jetzt noch schönen Bodega Reflow. Ich komm dann ganz langsam in der Zügel zum, sonst kann ich den Kopf noch mal fallen, so ein bisschen Haustür ziehen, die Schultern noch mal entspannen. Dann wollte ich ganz langsam drüber 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 drüber. Einmal auf die Schultern weit zurücknehmen. Dann gibt's die Schultern. Dann gibt's die Schultern. Und dann können wir dann auch noch weitere Getut von der Schultern. Deshalbوقfliegen wir in den Kugelwachen zuerst, dann mike an da drüber 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 drüber. Dann gibt's die Kugelwachen. Und dann kommt ein bisschen auf de Kugelwachen.